Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim Atzenberger zuschaut, denn heute gibt es diese Trolli-Sorte bei mir im Test. Wir haben den Watermelon Splash, das Ganze in der Summer Edition. Und ihr seht schon, das Ganze ist so aufgebaut wie dieser Superkick, den wir letztes Mal hatten oder die Glotzer oder die Weicheier, um nur einige der Sorten zu nennen. Das Ganze hat dann hier einen sauren und fruchtigen Kern, der dann nach Wassermelone schmecken soll. Ich bin sehr gespannt drauf. Wir haben vier einzeln verpackte Gummibonbons mit flüssigem sauren Kern und Wassermelonengeschmack. Das Ganze ist lactose- und glutenfrei für Leute, die darauf achten müssen. Na gut, dann würde ich auch sagen, wir fangen sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist so bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer auf damit und raus damit. Da sind sie schon. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie irgendwie eine Farbe haben oder ob sie wieder irgendwie weiß sind. Oh ja, das gefällt mir. Nein, sie sind schon offen an der Stelle. Okay, ich bereite den Testteller vor und dann wird probiert. So, schon geht es weiter bei mir. Ich habe jetzt die komplette Packung geleert und ihr seht, vier Stück sind nur drin, genau wie bei den anderen Sorten. Ja, und den einen, den wir jetzt hier schon in der Mitte durchgeteilt haben, den werde ich jetzt probieren. So schaut es dann von innen aus. Ihr seht, hier ist unser flüssiger Kern mit dem Wassermelonengeschmack. Das Ganze ist wie immer ganz weich. Ich muss mich beeilen, bevor hier alles ausgelaufen ist. Okay, ich probiere es. Die Konsistenz von den Dingern kennt man ja. Die sind ähnlich den Glotzern oder dem Superkick. Ihr habt ja gesehen, ganz glibberig und gummiartig sind die. Die kleben auch ganz leicht. Ja, jetzt kommen wir mal zum inneren Kern. Also sie hat wirklich einen schönen, leckeren Wassermelonengeschmack. Also sauer sind sie jetzt hier wirklich nicht. Da war die letzte Sorte, die wir getestet haben, wirklich um einiges saurer. Also hier dann vielleicht minimal, aber hier überwiegt auf jeden Fall die Süße. Der Wassermelonengeschmack kommt sehr gut rüber, finde ich. Super getroffen. Schmeckt auch nicht künstlich, wie bei anderen Sorten von anderen Herstellern. Also den finde ich wirklich sehr, sehr angenehm. Aber wie gesagt, das Ganze ist wirklich sehr, sehr süß. Das sollte man natürlich wissen, bevor man das Ganze hier kauft. Preislich finde ich die Dinger auch relativ teuer. Wie gesagt, vier Stück für 1,70 Euro. Ja, das geht bestimmt auch günstiger. Hatte ich ja in meinem letzten Video schon erwähnt. Aber wer es mag, sollte natürlich zuschlagen. Leckere Edition. Wie gesagt, wenn ihr auf Wassermelone steht, dann probiert die Dinger auf jeden Fall mal. Gut, dann zeige ich euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten, den Nährwerten. Da gibt es meine Bewertung. Ja, auch hier ist es ähnlich wie bei der letzten Sorte. Normalerweise würde ich jetzt zwei Daumen nach oben vergeben. Ich ziehe allerdings einen Daumen ab aufgrund des hohen Preises, genau wie letztes Mal. Somit bleibt dann noch einen Daumen nach oben übrig. Ist natürlich auch noch eine gute Wertung. Wie gesagt, ihr müsst selbst wissen, ob ihr bereit seid, so viel Geld dafür auszugeben. Ich fand sie jetzt ganz lecker, aber auch hier leider kein Highlight für mich und relativ teuer. Na gut, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr lasst gerne ein Like und ein Kommentar da. Wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich auch gerne ein Dislike. Alles ist gut für den YouTube-Algorithmus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Sagt euer Atzenberger.